Er war ein wichtiger Bestandteil der Komikertruppe Monty Python, die in den 70ern und 80ern mit Fernsehserien und Filmen wie Die Ritter der Kokosnuss, Das Leben des Brian und Der Sinn des Lebens große Erfolge feierte. Jetzt ist der britische Komiker Terry Jones im Alter von 77 Jahren gestorben. Das berichtete die BBC am Mittwoch. In einer Stellungnahme seiner Familie hieß es, Terry starb am Abend des 21. Januar 2020 im Alter von 77 Jahren mit seiner Frau Anna Soderstrom an seiner Seite. Nach einem langen, äußerst mutigen, aber immer gut gelauten Kampf gegen eine seltene Form von Demenz. Die Krankheit des Monty Python Stars war im Jahr 2016 diagnostiziert worden. Als Folge davon war seine Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt. 2019 hatte die britische Komikertruppe noch ihren 50. Geburtstag gefeiert. Zur Würdigung des Jubiläums waren die überarbeiteten Sketche von Monty Pythons Flying Circus ausgestrahlt worden.